Wir sehen hier das AG GS290 Cookie Fresh, ein wirklich sehr preiswertes Touchscreen-Handy, was unter anderem mit Edge-Geschwindigkeit ins Internet geht. Es hat auch eine 2-Megapixel-Kamera und zum Beispiel die Social-Network-Dienste wie Facebook und Twitter sind auf dem Handy schon integriert. So, und wir wollen dann mal schauen, was da im Lieferumfang noch mit dabei ist. Da sehen wir hier erstmal die Kopfhörer. Man sieht hier den 3,5 mm Klinkenanschluss. Das heißt, ich kann auch meine anderen Kopfhörer an das Handy anschließen. Dann hat man hier ein Kabel zur Datenübertragung. Und hier habe ich das Ladegerät. Das heißt, das Kabel wird auch benutzt, um den Akku aufzuladen. Also die Kombination. Und dann habe ich hier noch den Akku.